Es ist ein Spiel. Euer Lohn wird groß sein, wenn ihr es gut spielt. Groß aber auch eure Strafe, wenn ihr es schlecht spielt. Darum seid nun weise und bedenkt wohl, was ihr tut. Comedia Infernale, die Spielverderber, Termine, 2. Februar 19.30 Premiere, 3., 4., 7., 9., 10., 15., 16. Februar, wo natürlich der große Saal in einer Alanus-Hochschule, Eintritt natürlich 12 Euro regulär und so. Oh, wisst ihr was? Macht doch euren Scheiß alleine!